SPD und Linken sind an dieser Stelle so ziemlich deckungsgleich. Aber ich möchte gerne noch auf zwei, drei Details eingehen. Sicher ist es wichtig, Kindergärten, Kindertagesstätten, Kinderkrippen zu bauen. Aber wir müssen auch auf die Zeiten noch viel mehr Rücksicht nehmen. Es kann nicht sein, dass so eine Einrichtung 16 oder 17 Uhr schließt, während die Verkäuferin bei Lidl, Aldi und so weiter bis 20 Uhr arbeiten muss. Also ich denke, wenn man diese Einsparungen macht, wenn man dieses Erziehungsgeld oder wie auch immer es heißt, abschafft, dass man dann ganz speziell dort reingeht, dass genau Angebote gemacht werden zu Zeiten, wo die Frauen oder wo die Familien auch tatsächlich berufstätig sind. Mir nützt eine Kita nichts, die irgendwie von 8 bis 16 Uhr offen ist. Man braucht auch die Randzeilen. Und da gibt es große Defizite, da müssen wir ran. Super, herzlichen Dank. Vielen Dank. Amen.